Ja, guck mal, Flüssen steckt das. Komm mal rein. Du kennst das ja. Das ist jetzt nicht hübsch. Meiner hab ich verkauft. Ja? Weg. Blaue? Blaue. Autonai? Wahrscheinlich bei E-Mobile. Ja, das ist doch meine. Vor so einem Holzstapel. So ein Kaminraum. Aber ich dachte ja auch mal, du hattest mal ein Sportrad. Nein, 2,9 hattest du nicht. Bei E-Mobile hattest du 2,9 hattest du nicht? Du musst ja ein bisschen Luft nach unten lassen. Ja, sicher. Ja, das ist doch schlecht. Da kriegen wir mal dazu, was genau. Ich werd das nicht schicken. Ja, weil ich musste gerade Esswecker, um zu töten für meine Schüler. Also so einen Mastreiser, wo ich noch habe. Hörst du das? Sonntagskonzert. Oder weit? Ja. Ja, weil... Ja, Spaß. Weil... Da ich jetzt sowieso nicht zu zeigen. Und ich war ja nicht nach Kornrad, da komm ich eben nicht hin. Nein, ich wollte ja nach Köln fahren. Ja. In Köln ist er gar nicht. Weil du, der Lade ist jetzt nicht. Und da musst du noch ein bisschen... Ja, ich hab' da auch keinen Bock drauf. Ich hab' da auch keinen Bock drauf. Weil der Lade... Ich hab' da auch keinen Bock drauf. Weil der Lade... Ich mach' das auch. Genau so, wo ich da fahren kann. Ja, aber ich mach' das auch.